Nach langer Absinens sind wir wieder da. Megafon 95, der Fortuna Fußballtalk. Viel, 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 viel ist passiert und die meisten von euch werden uns wahrscheinlich erst nach dem Leipzig-Spiel hören, weil wir so ein bisschen sehr spät aufnehmen. Die einen oder anderen werden es vielleicht wahrnehmen als Möglichkeit, sich eine Auswärtsfahrt zu verkürzen. Ist ein bisschen gegen die Reihenfolge, die wir vor dem Podcast abgesprochen haben, Micha. Aber wie ist deine Meinung zu der Auswärtsfahrt oder Nicht-Auswärtsfahrt nach Leipzig? Ja, ich sag mal so, ich fahr nach Leipzig, ist aber auch jetzt, ich hab mir mit meinen Fortuna-Leuten vor der Saison gesagt oder in der Sommerpause, das erste Auswärtsspiel fahren wir hin, egal gegen wen, egal was ansteht, wir sagen alles ab und fahren da hin. Schade, dass es jetzt Leipzig geworden ist, aber wir haben gesagt, wir fahren hin, also fahren wir hin. Jetzt gehen, was Leipzig angeht, natürlich die Meinungen dazu ein bisschen auseinander. Die einen sagen, oh Leipzig, das geht gar nicht. Die rühmen sich mit unserer Power, mit unserer Atmosphäre, mit unserer Stimmung. Und die anderen sagen, ja, ich verstehe zwar den Protest gegen Leipzig irgendwie und du kannst gegen dieses Konsortium mit Magranstedt und was da im Hintergrund passiert mit... Fakt, das hab ich doch gesagt. Mit Mathe-Shits im Hintergrund, das kann man irgendwie, ja weiß ich nicht, das kann man irgendwie alles scheiße finden. Aber unsere Jungs, vor allem jetzt nach dem ersten Spieltag, brauchen uns oder haben uns gebraucht. Ja, wenn ihr das hört, aber die brauchen uns für uns jetzt in dieser Real-Life-Time. Und die müsste man eigentlich, ja, anpeitschen und meiner Meinung nach auch so ein bisschen die wahre Tradition verteidigen. Und dazu stehen, was uns, die Fortuna aus Düsseldorf, ausmacht. Klar, wenn dann jetzt Leipzig hingeht und sagt, guck mal, wie geil unsere Stimmung hier ist in unserem Leipziger Arena-Stadion, denk sie. Und alle, die sind so geil, die Fans machen hier alle voll die Stimmung. Und dann müssen die Vereine halt hingehen und sagen, so, ja, wenn die Leipziger kommen, ne, ja, da ist sogar Sandhausen lauter. Das muss passieren. Und solange das nicht passiert, weiß ich nicht. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass nicht hinfahren genauso scheiße ist wie hinfahren. Ich bin, was das Ganze angeht, auch zwiegespalten, weil auf der einen Seite denkt man sich so, okay, man darf sich das halt nicht gefallen lassen. Das heißt, irgendwas muss man machen. Natürlich ist es schade, dass man dann die eigene Mannschaft nicht unterstützt. Aber was soll man denn auch sonst machen, sage ich mal. Man könnte dann natürlich, wie du schon sagst, jetzt hinfahren und die Bude da abreißen, also gesanglich und nicht physisch. Aber dann heißt es dann nachher von Leipzig, ja, wir haben Stimmung im Stadion. Ja, aber wenn du dann hingehst und sagst, im Gegenzug, wenn Leipzig dann in Düsseldorf war oder irgendwo anders und die dann sagen, ja, Leipzig war da, ne, guck mal, tot. Da kommt ja gar nichts. Was ist das für ein Scheiß-Torten-Club, ne? Das müsste man dann gehen. Jetzt hängen wir uns meiner Meinung nach so ein bisschen zu viel auf. Es kommt ein bisschen früher, aber sammeln auch gerne Community-Feedback. Das könnt ihr tun an Projekt-Megafon-Podcast.gmail.com ist unsere E-Mail-Adresse. Ihr könnt uns auch gerne auch auf Facebook. Wir haben auch eine Megafon 95 Fortuna Düsseldorf Fußball-Talk-Gruppe in Facebook auf unserer Facebook-Seite. Da könnt ihr auch reinhauen, was ihr von dieser ganzen Thematik haltet. Ich weiß, es ist ein bisschen spät dran, aber wir würden das gerne in der nächsten Folge so ein bisschen behandeln. Also scheut euch nicht, falls ihr das über YouTube hört und nicht über den klassischen Podcatcher. Könnt ihr uns das übrigens auch gerne auf YouTube in die Kommentare klatschen. Dort ist der Micha immer so freundlich und kommentiert das meistens zurück oder gebt euch da einen Daumen hoch. Ist auf jeden Fall geil. So ja, sagt auch an Freunden, dass wir so toll sind und dann geht's eigentlich auch direkt mal los. Das haben wir uns gar nicht vorgestellt. Ich bin übrigens der Mo und neben mir sitzt der Micha. Er ist so ein bisschen der Fußball-Experte, die technische Ikone hinter dem Ganzen und hat die eine oder andere Meinung dazu. So, Michael, jetzt haben wir eigentlich so ein Cold Opening im Podcast gemacht. Eigentlich das Schlechteste, was du übrigens auf der Podcast-Moderatoren-Schule lernst. Dann kommen wir eigentlich auch schon zu dem achten Punkt, der eigentlich erst nach dem Kennenlenspiel passiert ist. Anderson Lukoki wechselt für irgendwas zwischen 100.000 und 400.000 nach Arminia Bielefeld. Die Summe kann eher nach unten korrigiert werden. Ich find's scheiße, weil wir haben so mit Fatuna mal wieder einen Talent verschenkt, meiner Meinung nach. Der war viel geiler, als ihn viele gesehen haben, im Verein wahrscheinlich. Sehe ich das einfach zu schwarz, dass Lukoki jetzt weg ist oder überschätze ich ihn? Ich find's, das ist ein richtig krasser Verlust. Also, ich find's sehr, sehr schade, dass er weg ist. Ich muss ehrlich sagen, ich hätt lieber auf Contento geschissen, so gut er auch sein mag. Aber ich hätt lieber Lukoki behalten und dafür keinen Contento gehabt. Ich find's halt sehr schade, weil ich schwärme ja von Lukoki eh schon seit Anfang an vom Podcast. und denke mir jedes Mal, letzte Saison hab ich gesagt, ja, diese Saison ist der Durchbruch für ihn. Jetzt hab ich von der Saison gesagt, ja, okay, die Saison wird schwer, weil bei Contento geholt wurde. Aber ich find's halt sehr, sehr schade, dass man ihn hat, wie er verkauft. Also, nicht nur aus, also, man hätte den meiner Meinung nach ausleihen können, aber ich find's sehr, sehr schade, dass er verkauft wurde. Man muss ja der Meinung sein, dass er den berühmten Senf nicht durchschneiden kann. Das find ich in Deutschland irgendwie ein bisschen komisch. Can't cut the mustard. Ja, ähm, sonst hätte man ihn nicht abgegeben. Er hat wohl, ja, den Wechselwunsch geäußert, dem hat man entsprochen, Entschuldigung, und ja. Ja, wenn man ihm halt hier keine Chance gibt, dann ist verständlich, dass er dann keinen Bock hat, noch ein Jahr in der Regionalliga zu spielen. Bundesliga-Potenzial hat er auf jeden Fall. Erste Pokalanspiel im Rotweiß Koblenz direkt 5-0 gewonnen. Saisoneröffnung, Saison beginnt nach Maß, oder? Ähm, ja, ich hab mich ein bisschen gefeiert, weil ich hab vor dem Spiel gesagt, Fortuna gewinnt 5-0 im letzten Podcast. Ja, und es war halt mal so, ich sag mal so, das war nicht meine Fortuna, weil man hat einfach souverän die 5-0 weggehauen, ohne überhaupt eine Sekunde dran zu zweifeln. Und eigentlich, so muss man halt eigentlich im DFB-Pokal spielen, aber sowas kennt man eigentlich von der Fortuna nicht. Man hat ein sehr offensiv geprägtes 4-4-2 gespielt, man könnte auch 4-2-4 sagen, weil halt Rahman und Luke Bakio halt so weit vorne waren, dass die eigentlich nur noch die Pässe auf den Außen annehmen mussten, um dann in die Mitte zu ziehen. Du hast gesagt, Doli Luke Bakio war auf jeden Fall die geilste Sau auf dem Platz an dem Tag. Gab's denn auch irgendwie, bevor wir zu meiner Einschätzung kommen, halt auch irgendwie einen Spieler, wo du denkst, am ersten Pokalspiel, der hat ein bisschen enttäuscht. Ich finde nicht, dass da irgendjemand enttäuscht hat. Sag ich mal, man hatte keine Konkurrenz, deswegen kann man auch nicht scheiße gewesen sein, meiner Meinung nach. Meine Meinung nach, die Fehlpässe waren ein bisschen schwach, da kommen wir auch im ersten Spiel drauf. Der Bundesliga gleich gegen Augsburg. Ja, Fehlpässe war so ein bisschen das Thema, aber ansonsten fand ich halt auch Luke Bakio einfach überragend, da sind super Spieler geliehen. Und bevor wir gegen Augsburg starten, so ein bisschen angekrallt war vorher und nachher auch so ein bisschen die fehlende Euphorie. Du warst im Stadion, hast du auch erlebt, dass irgendwelche gar nicht gehypt waren auf Bundesliga-Fußball? Doch, die Stimmung im Stadion war super. Es war halt nicht ausverkauft, was viele kritisiert haben, aber auf der anderen Seite denke ich mir, 40.000 oder 42.000 waren es, glaube ich. Davon träumen andere Bundesliga-Mannschaften, deswegen fand ich die Kritik ja verständlich, dass wenn man weiß, dass man auch Potenzial hat von, wie sage ich mal, 100.000 Fans, die gegen Bayern Dortmund ins Stadion kommen, dass sie dann halt gegen Augsburg, was halt als schwächerer Gegner gesehen wird, dass da halt dann nur 40.000 kommen. Aber im Endeffekt sind 40.000 für die Bundesliga auch eigentlich ganz gut. Ich habe da mal was vorbereitet. Ich gehe einfach mal von dem Jahr vor unserem Bundesliga-Aufstieg, die Saison 11-12, hatten wir einen Schnitt von 32.000. In dem Bundesliga-Jahr waren es dann im Schnitt 46.000 und 97.000 und 17-18, also letzte Saison, dann 28-9. Also so wirklich überragend ist es nicht. Wenn wir das im Kontext setzen zu den durchschnittlichen Zuschauerzahlen der 2. Liga der letzten Saison, die 2. Liga hat die letzte Saison durchschnittlich 17.016 Mannschaften. 17.016 Zuschauer. Ja, 17.016 Mannschaft. 17.016 Zuschauer gab es da letztes Jahr im Schnitt und da sind wir mit 28.000 locker 10.000 drüber über dem Schnitt. Und wenn wir uns mal den Bundesliga-Schnitt angucken und wir sagen, wir nehmen jetzt einfach mal die Zahl von jetzt, dann war die letzte Saison die Bundesliga-Saison bei 44.657 Zuschauern. Also auch nur knapp 4.000 unter dem Schnitt der letzten Saison. Wie schätzt du das ein? Ja, wie schon gesagt, das ist eigentlich vollkommen in Ordnung. Natürlich hat man sich mehr erhofft, aber ich denke mal, die ganzen Leute kommen dann aus den Löchern gekrochen, wenn man dann gegen Dortmund und Bayern spielt. Dann ist das Stadion wieder voll. Ich sage mal so, man braucht kein volles Stadion, um eine gute Stimmung zu haben. Jetzt hat sich Friedhelm Funke natürlich im Doppelpass danach so ein bisschen unglücklich geäußert natürlich über die Anzahl der Fans, die im Stadion waren. Und wenn wir uns den Liga-Schnitt angucken, ja, dann war das doch schon gar nicht mal so verkehrt. Mal gucken, was da auf jeden Fall passiert. Mit guten Leistungen, so wie gegen Augsburg, um mal die Brücke zu bauen, könnten auch in den nächsten Spielen wieder mehr Leute kommen. Jetzt haben wir gegen Augsburg gespielt. Fortuna hat halt schwach begonnen. Die ersten 15 Minuten waren halt wirklich scheiße. Man hat zwar gut verteidigt, aber viele unter die Gefehlpässe haben den Ball einfach rausgekloppt. Man wusste nicht wirklich witzig anzufangen. Augsburg hat es auch geil gemacht. Die erste Viertelstunde gut offensiv gespielt. Danach passiert sie nicht mehr viel. Fortuna bliecht das Spiel immer mehr aus. Stöger schiebt einfach den Pass von Morales am leeren Tor mehr oder weniger vorbei. Hätte das 1-0 irgendwie sein müssen. Aber es war dann soweit, dass den Rahmann in der 33. Minute nochmal einen Schuss abfeuerte, den Giefer gut pariert hat. Schoss er dann in der 39. Minute per Kopf das 1-0 nach einer echt krassen Flagge von Matthias Zimmermann, der da wirklich in den Fehler von Philipp Max reinläuft und sich den Ball dann stiebützt, mehr oder weniger, und reinschippt. Und Rahmann steht einfach am Pfosten und köpft den rein. Ich weiß bis heute noch nicht, ob Rahmann den wirklich reingeköpft hat oder ob er wirklich angeschossen wurde vom Verteidiger. Weil der Verteidiger so diese Ausholbewegung Richtung Ball macht, aber irgendwie weiß ich nicht, ob er den Ball getroffen hat. Der Rahmann nickt ihn schon wirklich so ein. Das konnte man schon sehen. Man hat eigentlich zwei Standards extremst, extremst, extremst schlecht verteidigt. Ich weiß, das andere war kein Standard, aber es resultierte aus dieser Defensiv-Haltung des Standards, man hat die echt scheiße verteidigt. Beide Mannschaften waren bis auf die erste Viertelstunde eigentlich ziemlich ausgeglichen. Wir konnten da gut mithalten. Man hat halt schon gemerkt, dass Augsburg in der individuellen Qualität mit, sagen wir, zwei, drei Spielern halt schon besser ist. Ja, man hat halt gesehen, Augsburg ist halt eine gestandene Bundesliga-Mannschaft mittlerweile. Und dementsprechend haben die halt gespielt. Und man hat halt anfangs gemerkt, dass Fortuna richtig nervös war. Ja, die Gegentore, das sind dann einfach nur Qualität, die Augsburg hat und die Fortuna halt nicht hat. Ich mache da zum Beispiel auch dem Gießemann beim Kopfballtor von Hahn keinen Vorwurf. Hahn ist einfach ein besserer Spieler. Und dementsprechend hat er den halt mit zwei, drei Metern Anlauf übersprungen und das Ding reingemacht. Und passiert halt. Und da denke ich mir, aber wenn man so halt eigentlich spielt, man hat halt teilweise sehr gut gespielt. Hatte dann halt nur immer so Kleinigkeiten, die dann halt den Unterschied machen. Und wenn man die halt abstellen kann, dann bin ich der Meinung, dass man sich auch ein bisschen wehren kann und nicht sagen, klanglos, direkt wieder absteigt. Die Meinungen hier in den Social Media sind so ein bisschen geteilt. So die einen fanden halt wirklich, dass die Mannschaft die ersten 30 Minuten gar nicht gefunden hat, das stimmt. Wo man halt auch wirklich schlecht gespielt hat. Die anderen waren der Meinung, dass Friedhelm Funkel irgendwie ja taktisch auch nicht so das Beste vom Ei war, ziemlich defensiv stand. Und ich habe auch irgendwo gelesen von einer revolutionären, ich glaube 9-0-1-Taktik. Irgendwie sowas habe ich auch gelesen. Aber grundsätzlich gesagt halt, viele haben halt auch tatsächlich wirklich mit uns den Fortuno des Spiels eingestimmt. Ich fand Zimmermann hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Das habe ich so von ihm nicht erwartet. Ich dachte, ja, der wird wenn Ergänzungsspieler sein. Aber er hat tatsächlich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ein, zwei geile Tanklings abgefahren. Okay, er hat einen Patzer gemacht irgendwie an der Eckfahne irgendwie in der ersten, in der fünften Minute oder so. Aber ansonsten hat er ein ziemlich, ziemlich geiles Spiel gemacht. Ich fand auch Rahman hat richtig geackert. Er war leider so ein bisschen fruchtlos. Da hat er bis auf das Tor halt irgendwie nichts Nennenswertes irgendwie rausgebracht, während Zimmermann wirklich immer aktiv war. Jetzt habe ich von einigen gehört, wie enttäuscht sie über John Zimmer waren. Ich bin auch nicht ganz zufrieden mit seiner Leistung, weil mir irgendwie, weiß ich nicht, ich weiß nicht, was mir fehlte, aber irgendwas fehlte mir. Micha, du hast John Zimmer als dein Fortuno des Spiels gekürt. Ich mag halt seine Dribblings und seine Zweikämpfe, die er halt nach vorne macht. Natürlich klappen die nicht immer, aber immer wenn es klappt, dann kommt halt immer eine Chance dabei raus. Und bei der einen Aktion, wo er dann halt auf dem Flügel alleine durch ist und dann die Flanke in die Mitte ein bisschen verzieht, ja war schade. Aber er ist halt immerhin dahin gekommen. Hätten das Spieler wie Davo Lovren oder Luka Bakio besser gemacht? Vielleicht auch Takeshi Osami? Ja, möglich. Hätte, hätte, Fahrrad geht. Ja, ich sag mal so, hätte Dux den Ball auf dem Flügel gehabt, der hätte reingezogen und einfach draufgehauen, das Ding. Aber das ist ja dann, trotzdem hat mir das gefallen, wie Zimmer sich da auch mal durchgesetzt hat gegen zwei Spieler, was man halt sonst von keinem gesehen hat. Beziehungsweise von Luka Bakio erwarte ich mir sowas auch diese Saison. Und deswegen, ich fand eigentlich Zimmer sehr ordentlich und klar ist nicht alles gut gegangen, aber das ist halt Zimmer so. Der verliert halt auch mal den Ball, aber immerhin versucht er es. Die Community hat so ein bisschen Friedhelm Funkel und André Hoffmann, so den Stempel, bam, der könnte sich mehr Reinhänge geben. Du hast jetzt ins Skript reingehauen, dass du Karaman enttäuschen fandst. Ich fand die ziemlich blass, ich habe auch nicht verstanden, warum er Karaman gebracht hat. Ich verstehe es, weil er irgendwie die einzige Option für diese zentrale offensive Position war. Aber entweder hat Rahman selbst beschlossen, sich dann ins Zentrum zu ziehen oder das war so abgemacht, weil Karaman, der war irgendwie gar nicht auffällig. Ich denke mal, Karaman hat die Chance bekommen, weil er in den letzten Testspielen so aufgedreht hat. Aber das war immer so, der hatte immer gute Aktionen und dann dachte ich mir so, ja komm, jetzt spiel den Pass. Und dann hat er den Ball irgendwie komisch angenommen und hat einen Fehlpass gespielt oder hat den Ball direkt verloren. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, dass egal, immer wenn er den Ball hatte, wusste ich, okay, gleich der Ball wieder weg war. Ich weiß nicht, ob der einfach zu nervös war oder zu viel wollte. Und deswegen denke ich auch, dass Rahman dann irgendwann reingezogen ist, weil der gemerkt hat, da fehlt einer, weil der Karaman irgendwie eher eine Schwächung war für das Team als eine Verstärkung. Er hat auf jeden Fall den Ballverlust vor dem 1-1 gehabt und dann resultierte das faul und dann kam halt das Freistoßtor. Aber ja, man kann es besser machen. Wir wollen jetzt auch kein Spiel an die Wand stellen. Er hat ja gezeigt, dass er es besser kann. Ich glaube, es war wirklich Nervosität von ihm. Wie gesagt, wir wollten keinen an die Wand stellen und den dann mit Farbkugeln bewerfen. Du bist ja schuldig, dass wir verloren haben. Es ist halt Bundesliga, da müssen wir uns auch noch dran gewöhnen. Aber wir haben im nächsten Saison ja auch schon beim Erfolg ziemlich kritisiert, also wird uns das dieses Jahr sehr leicht fallen. Empfehlt uns gerne weiter, würde euch der Podcast bis jetzt ja gefallen. Ihr findet uns über, über, überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr Vorschläge habt, was wir besser machen können, dann schreibt uns das gerne. Entweder in iTunes in die Rezension oder natürlich auch gerne in unsere Gruppe auf Facebook Megafon95 oder auch gerne über unseren Twitter-Handle Projekt Megafon oder an Projekt Megafon-Podcast.gmail.com. Das wäre unsere, so jetzt, ähm, haben wir noch irgendwas zu sagen zum letzten Spiel? Für Wilmot ist Rahman der Spieler des Spiels. Wer ist eigentlich Wilmot? Das ist einer unserer Fortuna-Gruppe. Gehen wir einfach mal, gehen wir einfach mal weiter. Leipzig ist tatsächlich unser nächster Gegner und die letzten Spiele von denen waren halt tatsächlich Luhansk, Dortmund und Luhansk. Und ich spiele jetzt auch in der Europa League tatsächlich gegen den FC Salzburg. Die Auslosung war heute Mittag an diesem wunderschönen Freitag, wo wir aufnehmen, den 31.8. Micha, den vielen wichtigen Spieler und, ähm, ja, es war auch nicht wirklich das Wahre gegen Dortmund, obwohl viele sagen, man hat sich besser gesehen. Denn, ähm, ich finde, die Mannschaft, die, äh, Spiele gegen Luhansk gesehen, äh, in der Europa League fand ich sie sehr, sehr müde, sehr unkreativ und auch nicht wirklich, ja, den Fußballspielen, dem man von Leipzig gewohnt war unter Ralf Hasenhüttl. Siehst du sie so schwach, dass sie mit einer sehr guten Leistung da drei Punkte mitnehmen können? Ja, ich finde halt, die Leistung von, äh, von, äh, Rasenballsport Leipzig hat bis jetzt nicht, äh, war jetzt nicht so beeindruckend. Und so gegen Luhansk nur ein 3-2 sich abgemüht, gegen Dortmund 4-1 verloren und dann das Hinspiel gegen Luhansk nur ein 0-0. Der Name klingt, glaube ich, momentan, äh, stärker als die Mannschaft wirklich ist. Vor dem, vor dem Europa League Spiel gegen Luhansk hab ich eigentlich gedacht, so, ja, weil man kann froh sein, wenn man irgendwie nur knapp verliert. Aber irgendwie denke ich mir jetzt so, ja, vielleicht kann man sie sogar sehr gut ärgern und, ähm, vielleicht sogar mal drei Punkte mitnehmen. Aber, ähm, ja, das wird sich zeigen. Also ich würde es Fortuna auf jeden Fall gönnen, da zu gewinnen. Also, ähm, man, die haben tatsächlich auch ein paar Spieler geholt, klar, keine Frage. Aber man hat tatsächlich auch nur, äh, Bernardo abgegeben. Der war jetzt letzte Saison nicht so wirklich entscheidend für Erfolg. Und, äh, ansonsten fehlt halt eigentlich nur als äthermierte Stammkraft Naby Keiter. Ähm, ich finde auch, wir können gegen die auf jeden Fall was reißen. Wenn wir einfach mal ein, zwei kleine Federchen abstellen, die wir, äh, die wir im Spiel gegen Augsburg gemacht haben, vielleicht ein bisschen cleverer werden, dann sind da auf jeden Fall drei Punkte drin, weil Leipzig auch, ähm, ja, so ein bisschen mit sich selbst im Moment hadert. Ja, ich denke auch, dass es Fortuna eigentlich gut tut, dass Leipzig auch offensiver spielen wird als Augsburg. Und, ähm, dass man die vielleicht deswegen ein bisschen auskontern kann und die ein bisschen ärgern kann. Siehst du denn, äh, wie der Zimmer, äh, auf rechts oder denkst du, da wird, äh, Osami, Davo Lovren, Luke Bakio, äh, oder wer auch immer. Wir haben so viele gute, äh, gute Außenspieler für unsere Verhältnisse natürlich dieses Jahr. Wer wird spielen? Am liebsten hätte ich, äh, Luke Bakio statt Zimmermann auf dem, auf dem Platz. Aber ich denke mal, dass es auch mit Zimmermann die defensivere Variante war, um halt den Max von Augsburg Platz zu machen. Oder halt, ähm, gegen den anzukommen. Aber, ja, ich denke mal, man könnte schön mit schnellen offensiven Außen, ähm, vielleicht auch, äh, vielleicht, äh, Raba Leipzig sehr gut auskontern. Äh, ich habe hier die Vermutung, dass auf rechts Rahmann spielen wird, denn auf links, äh, kehrt Takeshi Usami zurück. Ich glaube es natürlich nicht, Friedhelm Funke oder die Fortuna sprach da vorne so, circa eine Woche. Das heißt, diese Woche eigentlich noch braucht, um, äh, fit zu werden. Ob es dann nur für die Bank reicht oder ob er Matchfit ist, das werden wir dann sehen. Ich tippe mal auf ein, äh, knappes, äh, 1-2 für uns in Leipzig. Ich denke, dass wir da in der ersten Halbzeit zwei Tore machen und in der ersten Halbzeit, der zweiten Halbzeit dann ziemlich, äh, einem Bombardement, jetzt fange ich auch damit an, ähm, einstecken müssen von Leipzig. Aber wir können die knappe Führung noch halten. Ja, ich, mein Tipp ist ein, ist ein 2-2. Und, ähm, ja, mit einem Punkt wäre ich eigentlich zufrieden. So, jetzt gab's natürlich, ähm, viel Gemecker, äh, um den, über den Stadionnamen, bevor wir uns, äh, endgültig verabschieden. Micha, du hattest mich gebeten, dass du einfach mal dich auskotzen darfst über den Stadionnamen. Ja, ich hatte halt irgendwie die letzte, also die letzten zwei Wochen, das war gefühlt einfach nur, nur Gemecker über alles und jeden. Dann der Stadionname ist kacke und, und dann meckern die Leute, dass das Stadion nicht voll ist. Und dann meckern die Leute im Stadion, dass die Bahn so lange braucht, weil der Stadion so voll ist. Und, und dann meckern alle, weil man so defensiv gegen Augsburg gespielt hat. Und, ähm, hier gemeckert, hier, und dann warum spielt der nicht? Und es wäre ja alles viel besser, wenn man alles anders machen würde. Und, oh, auf jeden Fall, auch, auch das Gemecker über den Videobeweis. Das machen wir jetzt wahrscheinlich bei voll vielen unbeliebt, aber ich finde den Videobeweis super. Natürlich läuft nicht alles perfekt, aber ich fand's gut, dass der Schiri sich die Aktion mit Drama nochmal angekuckt hat. Und dann gesagt hat, so, ja, okay, das reicht mir nicht. Oder, dass es für ihn kein klarer Fehler war. Und deswegen hat das Tor dann gezählt. Keine Ahnung, ich mag halt das, dass der sich das nochmal anguckt. Und wenn's wirklich ein grober Fehler gewesen wäre, dann hätte er's geändert. Mein Problem, ähm, mit der Aktion gegen Rahman ist halt, dass letzte Saison ist zwei, dreimal wirklich ähnliche Aktionen gehabt, wo der Videoassistence gesagt hat, ey, guck dir das nochmal an. Und der, äh, Referee dann halt wirklich gesagt hat, ja, das reicht mir für als Foulspiel. Und ich geb das Tor nicht. Das ist letzte Saison zwei, dreimal passiert. Tatsächlich ähnliche Situationen. Ähm, ich weiß nicht, ob man die Saison anders gebriecht worden ist, da müsste man wirklich mal Colinas Erben fragen. Aber, ähm, ja, aber das ist halt auch, du hast, unterschiedliche Schiedsrichter bewerten Sachen halt unterschiedlich. Bei dem einen Schiedsrichter kriegst du für, für ein normales Tagging gelbe, beim anderen kriegst du gar keine Karte. Und das ist halt, Schiedsrichter bewerten halt unterschiedlich. Und es gibt halt auch immer noch graue, ähm, graue Entscheidungen und nicht nur schwarz-weiß Entscheidungen. Und deswegen ist ja klar, dass Leute dann sagen, ja, aber der hat dem doch im Gesicht getroffen. Wo ich mir auch denke, ja, der hat dem im Gesicht getroffen, aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt unbedingt was ist, was man abpfeifen kann. Weil's für mich kein Schlag war oder so, sondern einfach nur im Zweikampf unglücklich getroffen. Und dann muss man's halt nicht abpfeifen, aber es gibt Schiedsrichter, die pfeifen's halt ab. Und, ja, ich sag mal so, ich war im Stadion, hab den Videobeweis miterlebt und ich fand ihn nicht so schlimm, wie die Leute ihn machen. So, natürlich war es auch diese Saison halt besser, weil auch eingeblendet wurde, was da jetzt angeguckt wird. Und letzte Saison war das halt noch nicht. Deswegen, ja, ich find den Videobeweis, jetzt wo ich ihn live im Stadion erlebt hab, gar nicht so schlimm. Und, ähm, ich hoffe, der verbessert sich immer weiter und dass es dann irgendwann keinen Gemecker deswegen mehr gibt. Links, ähm, zu alle von uns findet ihr auch natürlich unten in der Beschreibung oder in der Infobox oder in den Shownotes oder wie auch immer das Ding heißt. Ähm, schreibt uns gerne, was ihr von dem Videobeweis, von dem Stadiongemecker und von den wenigen Zuschauern und den Wahlseiten haltet. Ähm, wir werden auf jeden Fall nächste Folge, die wir dann wahrscheinlich nächste Woche Montag oder Dienstag aufnehmen werden, nach dem Leipzig-Spiel, werden wir mit dann euch da ein bisschen diskutieren, ein bisschen das Feedback in die Welt schicken. So, wenn der Micha nichts mehr hat... Ähm, nein, ich hab nichts mehr. Ich glaub, ich hab mich genug ausgekotzt. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören, dass ihr bis hier durchgehalten habt. Ich bin der Mo, etwa drüber auf Twitter, nämlich ist Ed Schewenski, auch auf Twitter. Und wir hören uns dann auf jeden Fall wieder am... im nächsten... Wir hören uns dann wieder... Zurückgeschwulst, gerade mal eben zurückgeschwult. Und wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge Megafon 95, der Fortuna Fußballtalk. Wie gesagt, führt uns weiter, spricht uns weiter, spread the word. Denn, ähm, nur so kommen wir weiter und, ja, jetzt verrate auch ich mich in der Abmoderation. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!